Musik Musik Ich stehe mir gerade vor, in einer weissen Kutte, ich habe Jünger, er hat keine Schuhe und im Hintergrund sind gelbe und orange Lichter. Gott sieht für mich aus, ein langes, lockiges Haar, ein Bart, eine Kutte und kaputte Schlappen eher und er ist für mich ein alter Opa. Er ist auch eine weiße Traube und ein blauer Dornpuff und er ist überall. Ich stelle mir gerade so vor, dass er einen langen, weißen Bart hat, einen braunen Mantel, am Oberkörper und der Unterkörper ist eine Wolke und er kann sich jederzeit in Luft auflösen. Naja, früher habe ich gedacht, dass es wirklich auch ein Engel ist, aber jetzt finde ich, dass er wie bei Harry Potter der Dumbledore ist. Ich stelle mir gerade vor, dass er oben auf den Wolken sitzt und auf einem Thron sitzt und ja. Also ich stelle mir gerade vor, ganz nett und wie meine Freundin gesagt hat, auf Wolken, im Himmel und er schützt uns alle eigentlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020